Willkommen zu Tag 3 von unserem Urlaub. Warum drief ich eigentlich mal beim Intro? Na egal. Heute ist ein bisschen entspannter. Heute gehen wir in die Therme, uns ein bisschen entspannen. Ein bisschen schwimmen, ein paar Bahnen ziehen. Ja, in diesem Sinne, hier haben sie unsere zwei Freikarten für die Therme. So, zurück von der Therme, war sehr enttäuschend, war ein bisschen sehr langweilig. Wie lange hat es ausgehalten? 1-1,5 Stunden waren wir da. 10 Minuten. Na 10 Minuten war es schon langweilig, ja. Es gab eine Rutsche, haben wir zweimal gemacht, aber auch keinen Bock mehr gehabt. Ja, jetzt erstmal eine Runde pumpen und dann mal gucken, was wir noch machen. Da wären wir wieder. Auf zum Musstraining. Diese Chapter sind im Übrigen. Bisschen ungewohnt hier zu trainieren, aber es ist ganz ok, die Pumpe ist da. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Das ist deine Portion. Ich höre mal gleich einen kleinen Salat. Alles eins. So, Mörbel sind vernichtet. Jetzt gibt's Eis. Da sind sie, die Verfressenen. Für mich gab's nur einen Salat. So, Zeit für den Kopf. Musik 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 So, verzei ich mir keines Update. Wir haben gleich durchgespielt. Also ein mega Fail gewesen. Kein Spiel. Zwei Spieler. Nervig. Nur Demos, einfach nichts spielen. Aber das war Tag 3. Morgen ist die Flanges. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.